Hallo, ich bin die Vera von Jungtrip-Logo. Ich zeige euch heute, wie ihr euch für eure Kräuterbeet anlegen könnt. Du brauchst einen großen Gehälter, einen alten Eimer, Blumenerde, im Idealfall Aufzuchterde oder Gemüseerde, Samen wie zum Beispiel Radiesien, Petersilie und Lucula, Gartenhandschuhe, eine Schaufel und ein Wasserspritzbehälter. Als allererstes habe ich mir diese Wäschetonne besorgt. Damit du nicht unnötig viel Erde brauchst, setze einen alten Eimer umgedreht in die Tonne. Das macht die Tonne leichter, damit du sie besser tragen und bewegen kannst. Dann füllst du die Tonne bis ca. 20 cm unter dem Rand mit gewöhnlicher Blumenerde. Diese ist günstiger als Spezialerde. Ein kleiner Tipp, falls du eine Kompostieranlage in deiner Nähe hast, kannst du dort sehr günstig und super nachhaltig die Erde kaufen. Bringe einfach einen leeren Behälter mit und fülle ihn mit Erde. So kaufst sie regional und völlig plastikfrei. Wenn du willst, kannst du für die oberste Schicht, wie ich, Spezialerde nehmen, da diese die jungen Fäntzen mit mehr Nährstoffen besorgt. In mein Beet kommen Petersilie, Rucola und Radiesien. Für die Petersilie ziehst du ca. 1 cm tiefe Rillen. Diese wässerst du, bevor du die Samen in einem Abstand von 3-5 cm aussäst. Die Rillen bedeckst du dann wieder leicht mit Erde. Den Rucola kannst du breitflächig aussäen. Nehme dafür ein wenig Erde zur Seite, streue den Rucola aus und bedecke ihn leicht mit Erde. Anschließend auch hier wässern. Für die Radieschen, ebenfalls wie bei der Petersilie, wieder 1 cm tiefe Rillen ziehen und wässern. Die Samen in einem Abstand von 3 cm ausbringen. Meine Radieschenreihen sind zugegebenermaßen etwas eng beisammen. Mit so ingem Stand muss ich die wahrscheinlich später vereinzeln, also umsetzen. Um mehr Abstand zwischen den Reihen zu bekommen, kannst du auch Petersilie und Radieschen abwechselnd in die Reihen pflanzen. Wenn alles gut läuft, kannst du sie bereits nach 4 Wochen ernten. So, mein Beet für den Balkon ist gesät und ich hoffe jetzt, dass es wächst und gedeiht und ich euch bald Fotos schicken kann von meinem kleinen Kräutergarten. So, und weil ich mir für mein Beet noch einen Farbklecks wünsche, pflanze ich jetzt noch ein paar Sonnenblumen. Und weil die Sonnenblumen ein bisschen empfindlicher sind, wie meine Kräuter, die ich da eingepflanzt habe, muss ich die in der Wohnung erst ein bisschen vorziehen und das zeige ich euch jetzt. Für die Aufsucht der Sonnenblumen nimmst du am besten ebenfalls Spezialerde. Ich benutze hier Aufzugserde. Du kannst aber auch gewöhnliche Blumenerde verwenden. Ich fülle für die Sonnenblumen kleine Pflanztöpfchen mit Erde. Die sät wird 2-3 cm tief. Circa 2-3 Körner pro Topf. Während die Samen keimen, musst du sie unbedingt schön feucht halten. Sobald deine Pflänzchen ausgetrieben sind und die Nächte frostfrei, kannst sie nach draußen in deinem Balkonsieb setzen. Wenn ihr auch Lust bekommen habt, euch ein Sonnenblumen zu machen, schreibt doch in den Kommentaren, was ihr euch einplanst. Ciao! 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 Ciao!